Nehmen wir das rein oder nehmen wir das nicht rein in den Film? Sicher, müssen wir rein nehmen. Das war meine erste Erfahrung mit dem Birelli Regenreifen, so wie wir ihn heute können, mit dem Fischgrätenprofil. Damals hat mein guter Freund, Carsten Merz, die Rennreifenentwicklung ein bisschen gemacht in der Superbike-QM und ich war der Erste, der das probieren hat dürfen. Ist nicht immer ganz gut gegangen. Hey, hallo zusammen, ich bin der Horst Zeiger und ich habe wieder gute Neuigkeiten bezüglich dem Filmprojekt. Es haben sich wieder ein paar Leute angemeldet und wir sind schon mittendran, sozusagen im Film. Und ich möchte euch noch kurz vorlesen, wer jetzt neu dazukommen ist, wer schon dabei ist. Also, neu dazukommen sind der Gregor Haas mit dem Michael Steckbauer, ein Stecki, ein ganz, ganz langjähriger Freund von mir, ganz ein guter. Und die sind MPC Racing aus Cottbus, Cottbus in Deutschland. Dann haben wir das Team Büffel Racing in der Eifel, oder heißt Team Büffel Racing Eifel, das kann gut sein. Vertreten durch Horst Damm und Thomas Schmitz und die sind in Idesheim zu Hause. Hey, danke vielmals. Dann haben wir den Fliesi, der Fliesi ist auch ein ganz alter Bekannter von mir, ein ganz alter Freund von mir. Wir sind damals zusammen unterwegs gewesen in meinen Zeiten in der Schweizer Meisterschaft und in Wirklichkeit heißt er Matthias Blättler. Und er ist daheim in Maisbrach und das ist gerade ein bisschen da, gerade ein bisschen neben, unter Basel. Dann, der Martin Schneider. Er ist aus Erkrad, wenn ich das richtig gelesen habe, Erkrad in Deutschland. Und der nächste schon auf der Liste, der Dirk Kissenbeck, Fit4Racetrack auf YouTube. Das ist sein Kanal, also schaut es mal rein. YouTube-Kanal Fit4Racetrack. Und er ist aus Reda-Wiedenbrück. Habe ich das richtig? Naja, ist schwierig. Schwierig, mit den alten Augen ist das echt schwierig zum Lesen da in der Garagenparty. Dann haben wir den Daniel Finger aus Utigen. Danke Daniel. Der nächste ist schon der Michael Friedrich aus Norddorf. Nord, 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 Dorf. Mit D wie Thomas. Richtig, richtig. Dann haben wir die Petra Alpisa aus Buchrain. Und jetzt hätte ich fast noch einen ganz wichtigen vergessen, nämlich den Gasprofi aus Bern. Hey, danke vielmals. Vielen Dank an alle anderen für die Unterstützung. Ihr wisst, es ist noch nicht zu spät. Einfach auf meine Seite schauen. Saiga-Racing.com Filmprojekt. Ihr könnt einsteigen. Mit 100 Franken oder 100 Euro seid ihr dabei. Euer Name erscheint am Ende vom Film. Und es gibt noch einen kleinen Bonus dazu. Und mit 1000 Franken oder 1000 Euro. Da komme ich bei euch vorbei. Und führe euch den Film vor, bevor der offiziell ausgestrahlt wird auf YouTube oder irgendwo. Nein, da mache ich eure persönliche Vorführung. Also 1000 Franken oder 1000 Euro locker machen. Nehmt euch einen Motorradclub oder ein paar Kumpels zusammen im Wirtshaus, im Dorf, China oder egal wo. Meldet euch. Ich habe auch die Ausrüstung, falls ihr es nicht habt. Mit Leinwand, Beamer und Sound und alles. Also, hey, danke vielmals fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, die Regenreifen sind inzwischen besser geworden. Ciao. Tschüss. Tschüss.